Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute laufen wir wieder eine Traumschleife und zwar den Vauban-Steig. Er ist etwa 12 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran! Bis zum nächsten Mal. Heute ist geniales Wanderwetter, richtig herbstlich mit schönen bunten Farben. So haben wir das gerne. In dem Wald, in dem wir uns befinden, ist es gerade richtig idyllisch. Musik Die Traumschleife macht momentan richtig Laune. Wir gehen auf einem schmalen Pfad. Eigentlich gehen wir schon die ganze Zeit auf einem Pfad. Musik Wir laufen gerade durch einen militärischen Sicherheitsbereich. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht abgeschossen. Musik Auf dem Weg hier vermissen wir etliche Sitzgelegenheiten. Bisher noch keine da gewesen. Schade, denn es waren eigentlich genug schöne Plätze da. Musik 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 Noch etwa zwei Kilometer, dann kommen wir an der Teufelsburg vorbei. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir kommen wieder langsam zum Ende unserer Tour. Die Tour hat uns soweit gut gefallen, vor allem wegen den vielen schmalen Pfaden. Und Highlight dieser Tour war auf jeden Fall die Burgruine Teufelsburg. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt, wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und wenn ihr mögt, einfach ein kostenloses Abo dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir laufen gerade durch ein, wir laufen gerade durch ein militärisches Sicherheits- auf dem Weg hier vermissen wir, alterisch. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour, die Tour hat uns soweit gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden, ja, keine Ahnung, die Tour, ah, wir kommen so langsam wieder auf, bum bum bum.